Ja, moin moin meine Diggas und Diggarinas und wieder mal Arschdrehzeit mit eurem Onyx plus Ariana und Niklas von Insanity Projects. Hallihallo. Hallöle. So, und jetzt wieder, ne, gewinnen. Genau, und das ist jetzt ein Rematch. Du verteilst Arschtritte, wir schauen zu. Nein, wir machen mit. So. Ich will mit Arsch treten. Ja, klar. Der kam aus dem Wasser gesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Da links noch einer. Ja, den hab ich. Nice. Rechts kommt der gleich. Ich mein wirklich rechts neben dir. Aus dem Loch. Okay. Nee, ich glaub ich würde es so sehen. Ja, ich glaube auch. Sind alle tot, wir können diffusen. Oh. Ist es ernsthaft? Alter, ja, ist alles tot. Hier wird die einzige Manier am Leben sein. Ja, aber hat man mir kurz wie das C4 zerstört. Sehr geil. Bin schon auf dem Weg. Ich bin schon da, ne? Also. Nein. Nein. Ich dachte, es ist jetzt noch schnell, um noch diffusen zu können. Das ist so gemein. Hier, da kommt der erste, der mir so okay. An dem Punkt, da hättest du mir das ruhig lassen können. Ach, oh. Noch, noch eine. Ja, die ist auch geil. Gucci Bane. Ich dachte, das sieht aus wie ranzige Butter oder ranziger Käse. Nein. Ja. Nein. Doch. Die Sunshine, ähm, also, das, das sieht cool aus auf Waffen hier, der Skin. Oh ja, Sunshine ist eine der besten Tarnungen, die es gibt. Ich hab die Bombe, ich geh zu A. Voll wie die unauffällig. Sehr geil. Ich mach bei B ein bisschen Terror. Okay. Oh. Dann ander ab. Schnell geworfen. Pflege. Fahrne. Die ist gut, die ist gut. Und ... The baby is planted So ich bin der Tonnenmann Nein meine Maus geht schon wieder nicht mehr ich könnte kotzen ich kann meine Maus sich bewegen Man kommt schon Information war noch frisch dass der noch b aus Ich weiß nicht warum man im aus dem absprach bei dem spiel das ist nur bei Black Ops ja immer ich weiß nicht warum Alle anderen spiele wunderbar nur das spiel nicht ich keine ahnung Das war bei der alten maus aber auch schon so Wo kam der denn der kam recht so aus dem wasser Bomme down Bomme down baby Okay pass auf ich komme von den spawnen nicht erschießen bitte ja ja ich habe dich gehört alles gut Wer lebt noch ich und Fast mit der achse wischt fast mit der axt ja aber das war so knapp nein Das wird ein geschmeidiges 4 zu 0 Da würde ich auch sagen Guck dir an wie knapp das war Guck dir an wie knapp das war So knapp Ich dachte schon er wäre auf dich mit der feuerachs losgegangen hätte ich mit der fast erwischt Nein nein Scheiße man das sind so dinge die Ich hasse die wurfaxt Ich finde sie eigentlich ganz geil weil wenn man dabei trifft dann fühlt man sich sehr sehr geil Ich geh zu B Ich bin schon stolz genug Okay Die rohrzeichen ist auch gut die wir auch haben Oh lol ich hab Cerberus Boah Wasser links Cerberus incoming Wir können eigentlich zur A gehen wir haben die hier safe Die Bombe liegt eigentlich down by B und wird bekämpft von zwei Leuten mindestens Ja nice Jetzt gleich in dem Raum drinnen links Ja Im Wasser Ja klar auf jeden Fall springen sie zufällig dann ums Eck Ja Oh Mann ich hab auch hier ein Timing Ah Ficken alter der war doch im Tunnel hinter mir ich könnte kotzen Ich hab gedacht weil mein Cerberus nicht angeschlagen hat habe ich gedacht das wäre alles gut Wie kann man nicht als erstes in diese Ecke schauen Ja ne Da guck ich auch mal automatisch hin Oh Ja das heißt alles auf Diamant Das ist Dark Matter ne oder Das ist Dark Matter Ja Den kriegt man wenn man alles auf Diamant hat alles Der sieht echt nice aus Das ist zu viel Ja Ja Guter Skin Deshalb die MPs habe ich Die Stummgewehre habe ich fast Der Rest ist noch weit davon entfernt Bravo Ich bin den Newtown auch nicht verkehrt Fuck Bei A Ja der ist auch echt schön Zu Bier kommt einer rein Und die sind alle bei A Vier Stück bei A oder was Okay ich komm zurück Pass auf du kannst schon zielen im Prinzip die können vielleicht rennen Hinter dir jetzt rechts 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 Ich hab gedr.. ich war genau auf dem drauf hab gedrückt da kam nix Ohne Spaß Ari du brauchst wirklich ein Headset Das geht so nicht das hat man total oft gehört Du kriegst den Helft ja gar nicht mit Ja ich probier nachher mal so In-Ears Genau ja Weil ich klapp das damit auch besser Was Skill-Maximierung durch In-Ear Kopfhörer Das war deine linke Arschbacke Niklas Das war meine Ferse höchstens Was? Also bei mir hat er in meine Füße geschossen Lol Da musst du dir mal meine Aufnahme nachher angucken Beziehungsweise wenn sie oben ist So Also es sah eher nach Füßen als nach meinen vier Buchstaben aus Es war noch nicht eine vier... Nein ich sag's jetzt nicht Oh sehr schön Fuck Genau kommt wieder der Ari hinter uns durch Hinter euch könnte einer mit einem MG kommen Der ist zu unserem Spawn durchgrann Da lieg ich tot Da ist er Ja ich seh ihn Ich glaub das nicht Der hat's glaub ich nicht gemerkt Der ist weiter gerannt Oh doch der hat's gemerkt Da ist er Hinterm Auto Ja Beins spawnen die Bombe von uns Ja Und da ist neben dem Lkw Direkt so ein Oh Leute Ey du warst drauf ich verstehe das nicht Ich bin tot Du warst drauf und hast geschossen Ja ja ich weiß Ach man oh das ist doch blöd hier Das klingt natürlich doof Zünde doch die Scheiße Der ist doch ein Ja Wo ist mein Bestbeschläger Wieso Wieso hab ich gesagt 4-0 Safe win Warum hab ich die Fresse aufgerissen Ja äh Manchmal ist es ein wenig äh ne Nervt du meine Scheiße Boah ey das ist ein Das ist ein Witz Jetzt streng ich mich mal ein bisschen an Hubertime Ja Wir machen's heute spannend Wie üblich Heute 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 mal ohne Skill Nur Chaos Oh Sparrow nice Extra um spannend zu machen Ich hab grad den Sparrow freigespielt und ich kann ihn nicht benutzen Jetzt Ja du kannst am Anfang nicht direkt Punkte säen und äh Und hier Granaten So ich halt drauf zu schalten Ich hab Aß frei Ja klar Von hinten Habe ich Ja Wieder von hinten Doppelt von hinten Der defused glaube ich schon Ah ne kann er gar nicht Ich hab grad Helene Fischer gelesen bei diesem Hexe Ja nice Ja nice Es ist zum Heulen ey Diese Black Soul Die kommt immer genau in dem Moment angesprungen wo ich in dieser Tür stehe Spring durchs Eck und drück mir mit einem Schuss einen perfekten Headshot rein Mhm Aber immer noch ganz War was ganz anderes Wenn jetzt noch Leute zugucken bei uns da rein auf dem Kanal irgendwie Die das jetzt bis hier zu dieser Stelle verfolgt haben Möchte ich gern mal wissen Ja wenn ne So eine Sache zu Ende gucken und so Ähm Haut immer in die Kommentare wenn ihr auch Black Ops spielt Äh wie ihr das findet Weil ich finde das irgendwie mittlerweile so ein bisschen Ja so ein bisschen wie was Disney aus Star Wars macht Wenn ihr jetzt versteht was ich meine So Und mit diesen Worten verabschiede ich mich Genau Macht's gut Der letzte Punkt ist ja zum diskutieren hier was Disney aus Star Wars macht Aber auf jeden Fall tschüss Okay tschüssi Lling 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 Lling